In Kapitel 4 stelle ich Ihnen ein Vorgehensmodell vor, mit dem wir uns damit beschäftigen können, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln oder bestehende Geschäftsmodelle zu analysieren, ob es eine Notwendigkeit zur Veränderung oder zur Adaption gibt. Dies ist der letzte Teil unserer Behandlung von Geschäftsmodellen und schließt damit die Überlegungen zu Geschäftsmodellen ab. Bei der Entwicklung von Geschäftsmodellen müssen wichtige Fragen beantwortet werden. Wer sind die potenziellen Kunden und welche Nutzen wird für diese Kunden generiert? Wer sind die Wettbewerber, die ähnliche Leistungsangebote an diese Kunden adressieren? Und welche betrieblichen Teilfunktionen und Aktivitäten müssen realisiert werden, um ein Geschäftsmodell als Geschäftssystem Realität werden zu lassen? Um dies systematisch zu entwickeln, eignen sich Vorgehensmodelle, die einem dabei helfen, die wichtigsten Punkte zu adressieren und Schritt für Schritt diese Entwicklung eines Geschäftsmodells oder eines konkreten Geschäftssystems vorzunehmen. Sie sehen hier das Partialmodell von Bernd Wirtz, was noch ergänzt wurde, um das sogenannte Organisations- und Kooperationsmodell, da das ein wichtiger Aspekt ist, wie ich meine Geschäftsaktivitäten organisiere und mit welchen Akteuren hier kooperiert werden kann. Ich werde Ihnen das gleich näher vorstellen. Typischerweise beginnt man die Analyse und die Entwicklung von Geschäftsmodellen und Geschäftssystemen beim sogenannten Marktmodell. Dies wird gefolgt von dem Leistungsangebotsmodell, dem Leistungserstellungsmodell, dem Beschaffungs- und Distributionsmodell, dem besagten Organisations- und Kooperationsmodell und schließlich das Kapitalmodell, was verschiedene Erlös- und Finanzierungsmodelle umfassen kann. Beginnen wir bei dem Marktmodell. Das Marktmodell adressiert eigentlich die typische Fragestellung zum relevanten Markt, auf dem man tätig sein möchte. In Anlehnung an das OME-Dreieck sehen Sie hier die wichtigsten Aspekte des relevanten Marktes. Wer sind die relevanten Nachfrager oder vielleicht mögliche Nachfragergruppen der Segmentierung? Welche Wettbewerber adressieren noch, haben diese Nachfrager mit vergleichbaren Leistungsangeboten? Und was sind die relevanten Rahmenbedingungen? Also zum Beispiel verfügbare Technologien, rechtliche Rahmenbedingungen oder gesellschaftliche Konventionen. Mit der Analyse des relevanten Marktes möchte ich auch verstehen, ob ich eventuell Wettbewerbsvorteile gegenüber den Wettbewerbern habe. Diese können sich äußern im sogenannten Kundenvorteil oder im sogenannten Anbietervorteil. Beim Kundenvorteil biete ich ein im Vergleich zum Wettbewerber überlegenes Leistungsangebot aus der Perspektive des Kunden. Beim sogenannten Anbietervorteil biete ich vielleicht nur eine vergleichbare Leistung, aber mein Vorteil könnte zum Beispiel in einer überlegenen Kostenposition liegen. Es ist sehr wichtig zu verstehen, wie unter gegebenen Rahmenbedingungen Wettbewerbsvorteile generiert, verstärkt und ausgebaut werden können. Mit dem Leistungsangebotsmodell konkretisiere ich dann das Leistungsangebot, das Nutzungsversprechen, das ich dem Nachfrager anbieten kann. Es geht einmal darum, relevante Eckpunkte des Leistungsangebots zu bestimmen, also welches Sortiment, welche verschiedenen Leistungsangebote möchte ich eigentlich anbieten gegenüber dem Nachfrager. Ich muss überlegen, will ich nur ein standardisiertes Leistungsangebot anbieten oder versuche ich eine Differenzierung und damit eine Adressierung unterschiedlicher Bedürfnisse, unterschiedlicher Zielgruppen und welche Formen der Individualisierung kann ich wählen. Spreche ich den Kunden vielleicht nur mit seinem Namen an oder versuche ich tatsächlich in einem Ansatz eine echte Individualisierung des Leistungsangebotes für jeden einzelnen Kunden. Typischerweise liegt eine Antwort in einer sogenannten Bundling-Strategie. Das heißt, aus einem Baukasten heraus wird das Leistungsangebot in verschiedene Module unterteilt und ich kann dann ein sogenanntes Unbundling verfolgen. Das heißt, der Kunde wählt aus allen verfügbaren Modulen nur die Module heraus, die er wirklich haben möchte. Ich kann eine sogenannte Mixed-Bundling-Strategie verfolgen, indem ich verschiedene Pakete schnüre, aus denen der Kunde auswählen kann, aber die immer eine Komposition schon verschiedener Module sind oder ich verfolge ein vollständiges Bundling. Das heißt, der Kunde hat eigentlich nur die Möglichkeit, fertig vorkonfigurierte Pakete auszuwählen. Immer setzt sich dieses Leistungsangebot zusammen aus einem sogenannten Leistungskern, der im Mittelpunkt der Nachfrage steht, der dann ergänzt, wer zwiebelartig, durch sogenannte Muss-, Soll- und Kannleistung. Muss-Leistung sind ergänzende, dem Produktkern unmittelbar begleitende Angebote, die angeboten werden müssen, weil sie vielleicht rechtlich vorgeschrieben sind, wie Garantieleistungen in einem bestimmten Umfang oder weil sie zur Funktionalität des Produktes unbedingt erforderlich sind. Denken Sie an eine Auslieferungsinspektion bei einem Neuwagen. Bei den sogenannten Soll-Leistungen handelt es sich um Leistungen, die der Kunde auf jeden Fall von mir erwartet, vielleicht, weil der Wettbewerber sie auf jeden Fall anbietet und er insofern eine Lücke verspüren würde, wenn das nicht mit angeboten wird. Die Kannleistungen bieten dann wirkliche Ansatzpunkte für Differenzierung. Man kann sie anbieten und damit sein Leistungsangebot unterscheiden vom Wettbewerb. Der Kunde würde sie aber auch nicht vermissen, wenn sie nicht mit angeboten würden. Beim Leistungserstellungsmodell geht es dann um die Frage, wie erstelle ich die Leistungen, die ich gerade im Leistungsangebotsmodell definiert habe. Das heißt, ich muss mir Gedanken darüber machen, welche Teilaktivitäten sind grundsätzlich erforderlich, um diese Leistungsangebote zu realisieren. Ich muss überlegen, welche Inputfaktoren und welche Kompetenzen und Ressourcen sind hierfür notwendig. In einem sogenannten Soll-Profil kann ich damit eine Aufstellung machen, was idealerweise verfügbar ist, um mein Leistungsangebot wettbewerbsfähig realisieren zu können. Dem kann ich ein Ist-Profil der bisherigen Akteure gegenüberstellen, um dann zu überlegen, verfüge ich über alle notwendigen Ressourcen und Kompetenzen, um dieses Leistungsangebot tatsächlich realisieren zu können. Und hieraus ergeben sich dann natürlich verschiedene Realisierungsalternativen. Der Selbsterstellung, des Zukaufs oder in Form von Kooperationen auf die notwendigen Ressourcen und Kompetenzen zuzugreifen. Das konkretisiert sich dann in einem Beschaffungs- und Distributionsmodell. Das heißt, wenn ich definiert habe, was ich selbst erstellen möchte und was ich von Dritten hinzubekomme, kann ich damit auch den nächsten Schritt gehen und konkret analysieren, was will ich von Dritten beschaffen und zukaufen, was erstelle ich selber und wie distributiere ich dann diese Leistung an den Kunden. Typischerweise ist das dann nicht nur ein Absatzkanal, der verfolgt wird, sondern eine sogenannte Mehrkanal- oder Multi-Channel-Strategie, mit dem ich auch versuche, verschiedene Zielgruppen über verschiedene Absatzkanäle zu adressieren. Im Organisationsmodell geht es dann um die Frage, wie organisiere ich meine ökonomischen Aktivitäten? Also wie organisiere ich einmal die interne Leistungserbringung und was ich von externen Partnern und Zulieferern mit einbeziehe? Es geht hier um die Eckpunkte der sogenannten Aufbauorganisation, also des Organigramms der ökonomischen Aktivität und der Ablauforganisation in Form von Geschäftsprozessarchitekturen, wie diese Einheiten dann im Zusammenspiel funktionieren. Ich habe verschiedene Arten der Koordination und Kooperation, die ich hierbei nutzen kann, um eine bestimmte Organisation zu realisieren. Und ein wichtiger Teil ist die Rechtsformwahl für meine ökonomische Aktivität. Hier werden wir uns mit eigenen Kapiteln noch mal näher beschäftigen. Von zentraler ökonomischer Bedeutung ist das, was wir jetzt als das Kapitalmodell bezeichnen. Dieser Ausdruck ist vielleicht nicht ganz passend, weil es nicht nur um Kapital und Kapitalakquise geht, aber er hat sich in der Literatur so eingespielt und ich möchte ihn hier auch verwenden. Im Kern stehen eigentlich zwei Aspekte, nämlich einmal die Erlösfrage oder das sogenannte Erlösmodell. Welche Erlösquellen gibt es, die ich durch meine ökonomischen Aktivitäten tatsächlich adressieren kann und welche alternativen Formen der Preisgestaltung gibt es je Erlösquelle? Auf der anderen Seite das sogenannte Finanzierungsmodell. In einem Forecast werde ich typische Erlös- und Kostensituationen in zukünftigen und aktuellen Perioden konkretisieren können. Hieraus ergibt sich dann ein Finanzierungsbedarf durch eine Cashflow-Betrachtung und dieser Kapitalbedarf kann aus verschiedenen Quellen gedeckt werden. Eigenkapital, Fremdkapital und hier den richtigen Mix zu finden, um diese Finanzierung sicherzustellen, ist eine der zentralen Herausforderungen, die eben im Finanzierungsmodell analysiert und abgewogen werden können. Sie finden zu den einzelnen Themenstellungen, wie kann ich ein solches Vorgehensmodell für einen Businessplan nutzen, mit welchen Tools kann ich diese Geschäftsmodellentwicklung noch unterstützen, weiterführende Literatur, die wir Ihnen hier zusammengestellt haben. Vielen Dank. Vielen Dank.